so herzlich willkommen zurück zu wasteland 2 so jetzt erstmal hier uns auf den weg machen und zwar wie hieß es nämlich noch mal genau zu diesem the prison ja soll ich nicht erst so wrecking crew strongholds da muss man kurz gucken objectives wie komme ich jetzt komme ich irgendwie in quests hier rein spiel pausiert spiel des pausiert okay betrachte karte inventory das hilft mir nichts ja ich weiß ja nicht ob mein wasser reicht bis dahin ich glaube ich bin hier irgendwie gefangen kam ich kam ich nachher kam ich von hier i don't know egal speicher mal versuche sieben wasser guck mal sieben wasser fünf wasser ich habe 15 wasser ok ich habe 15 wasser kriege komme ich denn bis zu rangers hitter da kann ich von da oben und bin dann hier runter ich probiere erstmal zu rangers hitter zu kommen weil vielleicht kann ich da ja was ist los was denn vor ecco one Ja ok, könnte ich machen. Ja, das könnte ich quasi machen. Ja ok, das ist direkt auf dem Weg. Warum nicht? Gehe ich da hin und check das mal aus. Why not? Ja ok, dann lass mal da rein. Infected farm, ok, Infected farm. Riesige Kürbisse, große Brokkoli, geile große Paprika, Tomaten, Knoblauch, so riesige Zähne. Da kannst du so richtig reinbeißen, kannst du so in die Hand nehmen. Das wäre doch was. Da will man auch so schön nach riechen. Oh, sieht auch ganz cool aus. Bisher, so. Problem ist, ich habe keine Muni, Leute. Aha. Eine Kuh. Mu. Und zwei infizierte Sporenträger. Drei infizierte Sporenträger. Und, äh, how do I do it? Mit Boronil. Mit Boronil. Ich würde mal sagen, alle gehen in die Hocke. Schau mal. Einmal das Snipe heizen. Ja, mal so. Die gehen schon mal in die Hocke. Ja, wunderbar. Oh, oh. Der Sporenträger kommt. Trifft der zu 32% nur, ey. Vier, vier AP, dann gehe ich mal vier nach vorne. Ja, es wird doch nicht besser treffen. Toll. Na ja, probieren wir es mal. Er hat getroffen. Oh, die Fliege kommt. Ja, natürlich krasse AP, ey. Natürlich eine krasse AP. So, Siki. Ja, will die machen, ey. Was will die machen? Die geht mir auf den Sack. Ich würde die am liebsten loswerden. Ich gehe jetzt nicht auf die drauf, ey. Ich mache mal hier hin. Die kann dann halt hinter halt. So, jetzt ist sie wieder dran. Ich muss erst mal den in den Dauern kriegen, oder? Ja. Wunderbar. Boah. Viele bitte, ey. Was ich machen könnte, wäre mit dem Mörser eine Granate werfen. Könnte ich auch mal machen, ey. Eine Granate hier hin. Hier hin. Ja, boah. Nice Ja, die Granate, die rockt Kann man nicht anders sagen Immer gut wo Boom, down So, und ihn kann er noch treffen? Leider nicht Leider nein Aber ich gehe hierhin So, sie ist wieder dran Schieß sie mal Und bitte triff Auch nicht Oh, sie will auch Witwen hier Komm Nochmal, komm Eine Chance noch Ach, du bist so ein Nutzloses Ding Schön, kritisch, kritisch 18 hat er noch Gehen wir mal ein bisschen zurück Falls es möglich ist Komm Ne Ja, ein bisschen Schaden Muss ich natürlich auch mal nehmen Bug dich Triffst du besser Oh nein, er hat keine Muni mehr Er hat keine Muni mehr Okay, dann kriegt's Ne, der hat auch nur noch 6 Ja, das ist natürlich scheiße Ich werde erstmal ihn hier töten Und ihn mit Cool Das war natürlich praktisch Das war praktisch Okay, in turn Ein Glück Scheiße, Fliegenbeine Was soll ich damit? Ja, soll ankommen Ach, jetzt habe ich 2 Die keine Muni mehr haben Das ist doch echt So Mäuse melken Hm Es sieht sehr sehr schlecht aus Nur Mörser hat ein bisschen was Die anderen haben nix Ist einfach nur krass So, dann werde ich ihn wenigstens mit seinem Nagelbrett mal kurz ausstatten Und Enter Sie geht auch hierhin Cool Nein, ich muss das halt nicht packen Natürlich viel Ach, jetzt machen wir mal Nein Ach, Quatsch Ach, alle dopen, ja Mach ich hier für den Schrott So Oh, diese fetten Dinger Kein nix machen Kein nix machen Der Mörser ist der einzige Der schießen kann Ich kann Dreimal schießen Daneben Trifft es Macht nur wenig Schaden 83% Es blutet Ja, lohnt es dir nicht Der soll lieber ankommen Der soll lieber ankommen Komm, gib alles Boah, ey Was ist das für eine Lusche, ey Keine Muni mehr Lololol Jetzt ist sie echt auch leer, ey Krass Gut Gut Dann duck dich mal wieder Mann, das nervt mit der Muni, ey Ich könnte jemanden die Elektrowaffe geben Dann gebe ich die dann ColdEye oder was, ne Könnte ich mal versuchen Hier die Munition Und 20% Er hat die sowieso Ne, Quatsch So, dann nimmt er die mal rein Nachladen Keine Muni Auch sehr gut Ach, drückt natürlich nichts Mörser drückt natürlich zu 100% Das ist mein einziger Meine einzige rettende Hand hier Jawohl 29% nur Ach, komm, Bitch Der trifft aber auch nur zu 32% Der lohnt sich gar nicht für die Muni, ey Das ist total schlecht Das ist total schlecht Mörser stimmte Druck Jetzt nicht mehr Triff ihn, oh, triff ihn Jawohl, nein Boah Ne, du schießt auf jeden Fall nicht Trifft zu 60% wenigstens Alter 60% Komm Alter, das kann nicht sein Komm, 35% Jawohl Jawohl Puh Das war nahezu Nummer 1 Aber die Gruppe ist down Die Gruppe ist down Die Gruppe ist down So, hat er irgendwas cooles angelassen hier? Ne, wieder nur Bullshit Irgendwas anderes cooles hier Irgendwas anderes cooles hier Mit den Kühen Kuhraut Das ist Schrott Aha, hier ist eine Kiste Aha, ein bisschen Muni Okay Camo Pants Okay, kommen alle her hier Mit 38 Kaliber Ja, nicht schlecht Die könnte eigentlich jemand tragen Gehen wir mal hier Ah ok, die ist halt weg Überladen Energiezelle kriegt dann auch er hier Wenn er unbedingt meint Die Munition für seine Waffe zu haben Und Kleidung Camo Pants Da kriegt er natürlich der Mörser Kann ich die auch anziehen? Das ist natürlich cooli Hm Wartet die irgendwo? Wartet die denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht Da so Lass mich die einfach mal an Ist doch egal Lass mich die einfach mal an Lass mich die einfach mal an Ist doch egal Lass mich die einfach mal an Mörser ist nur gegangen Fifi Fights Kann die keiner aufmachen hier oder was? Doch Wow 4 Muni Wie Wie Das hat sich natürlich auch wiederum gelohnt Gibt es hier noch irgendwas cooles? Aha Hier kann ich wahrscheinlich mal ein Ding aufladen Achso cool Aha Nice Schön Das wird dann in die Gegend hier Reingepumpt Reingepumpt Gucken ob das irgendwas bringt Ist hier irgendwas Also zwei jämmerliche Kisten Das ist ein bisschen mager ne Dafür dass ich dann so viel Muni hier verballer Ist das hier ein Tresor oder was? Ist klar Das heißt das Wunschdenken wird jetzt auch nicht öffnen Cool Das ist ein Sniper Muni Vier Schuss Der wird abgehen gleich Der wird die Zeit abgehen Auf dem Dach ist auch was Links Aha Ein bisschen Amidicat Armored Jacket Für Mörser Ist das wirklich Armored? Wie heißt das nur so? Motorcycle Jacket Die Zimmer sieht zumindest ein bisschen mehr Geschützter aus Ich glaube ich mit so einer Scheiße Sorry Alle hoch bitte Alle hoch bitte Gucken was hier drin ist Full Torso Body Armor Wo ist die denn? Zauberwürfel Wofür Mitglieder Jacke? Achso Full Torso Okay verstehe Aber Jacket Dann nimmt er sich sie hier oder so Keine Ahnung Sieht sehr gut aus Ein verstecktes Privatschloss Oben auf dem Dach Okay Müssen wir speichern Müssen wir speichern immer wieder Bevor es hier mal abkackt Ist irgendwas cooles drin? Ist irgendwas cooles drin? Oh ja Ein bisschen Muni Ein bisschen für ihn Ein bisschen für sie Ein bisschen für Mörser Was ist das? Eine Büchereikarte Ein Laser Disc Und ein Transmorpher Ich bin total überladen Es geht mir total Auf den Senkel Dass ich hier keine Händler finde Kann ich da rein? Nein Kann ich nicht Ah hier ist noch ein Grab Das ist meine Gräberin Das Ding Ah der auf 3 hat das Sogar ja Ein Grab mal ein bisschen Ein bisschen Energiezettel für ihn hier Tabak brauche ich nicht Scrap kriegt der Mörser Weil das wiegt ja nichts So dann gehe ich hier mal weiter runter wieder Und ich glaube das war es Dann kann ich wieder Hier raus Aber kann ich nicht Kann ich nicht mal ne Kann ich irgendwie nicht anbinden Das wäre nämlich cool wenn ich hier meine Flasche da drüben aufladen könnte Aber ich kann es ja noch nicht mal hier reinziehen Von daher Ja Wird das wahrscheinlich nicht gehen So kurz mal gucken ob ich hier alles habe Oh die Karte finde ich sehr gut hier Tja Ich habe ein bisschen Munition bekommen aber auch jetzt nicht großartig viel Ähm Ich werde mich jetzt hier heilen Ich mache jetzt hier aber einen Cut Und ich werde so ein bisschen meine Munition auf Also meine Waffen in Munition aufladen Ich hoffe euch hat es bisher gefallen Gebt mir einen Daumen hoch Das würde mich freuen Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal Ciao Leute